gut betrachten er will ich nicht von dem schwein hat sein werden auch was geben schön kniet sich neben mir ab und streicht immer so ein bisschen was fällt klopft ihr auf die schultern dadurch ja jetzt hieß sie doch wohl nicht oder mir hat nur bestes benehmen aber das ist von geburt an zwinkert ihr zu auch wenn ich kein koreaner bin aber die natur liegt uns am blut ja natürlich natürlich dann lasst uns setzen und gucken wie der zwerg gegen die magie ihren kämpft er reist ein großes stück von der von der vorderflanke vom wildschwein raus und drückt dann die ja die einmal ein stück haben in die hand und das andere stück gibt ja dann mir ja komira wir setzen uns macht mir jetzt keine chance wo ich auf den schwebebeifen gehe lege ich natürlich meine hart holz harnisch ab voltax hat eindeutig den besseren schwerpunkt ganz eindeutig ja dann wollen wir einmal müssen hier und startzeichen warten ich weiß es nicht was nein fangt einfach an na gut hauptsache sind beide bereit wenn halt nicht dann fliegt ihr vorher in den schlamm so kam er mit euch ja danke warum applaudieren die menschen freuen sich dass ihr mitmacht die ersten kleinen eisenmünzen werden gewettet räumen auf isero also ich würde das ganze ein bisschen spielerischer beziehungsweise trainingsmäßiger angehen weil ich ja weiß dass voltag sich so viel mit stab kopf am hut hat aber es soll ja spaß machen also das ist ja ein fest genau wird erstmal eine kletternprobe würfeln um mich auf dem schwebebeifen zu bewegen das ist aber nicht klettern das ist akrobatik körperbeherrschung akrobatik akrobatik ist seiltanz akrobatik dann würfel ich eine akrobatik probe eines tages tritt ich dich alten akrobatiker noch ganz ehrlich dann ist es athletik wenn ich springe ist es athletik springen läuft über athletik ja gut ich kann auch eine athletik probe da bin ich besser da habe ich mir gedacht kannst du so ein bisschen auf dem auf dem bauch rum kriechen und krabbeln und dann dich mit allen auf allen vieren so ein bisschen anziehen an iseron hast den stab gerade so ein bisschen eher am mund und das ist gar nicht so leicht was macht ihr denn schon im schlamm das war doch noch gar nicht die zeitpunkt egal richtet euch erst einmal auf ja ja sie ist gelenkig aus wie wir es denn erst wenn du mal gegen die andere kämpft gegen den pfeil ich dachte ich kämpfe gegen den prioriten ich wollte ihr von diesen balken gestoßen keine chance hatte jeweils ein neuer kategorien abelmeer oder so ich habe gerade so einen teller gegriffen mit mit fleisch und gemüse wahrscheinlich und stoppt mir erst meinen mund was wie man gut sein ist weiter das werk dann kommen wir runter aber dein namen ich gebe dir meinen und dann zähle ich dir von der vier riesen ja vier armer gut und erwähnen die söhne von so kam ja erzähl gut dazu darin gibt mir doch mal eine akrobatik probe mit wem bettelst du dich jetzt wahrscheinlich mit dir dann aber ableiten keine sorge das ist anletik wenn ich drauf springe also springen werden das ist als punkt ich stehe sicher auf den balken moment schaut es denn aus schutzpunkt ganze pro als balance leider nicht und ich stand fest oder so das ist sonst peinlich aber ich habe halt echt nicht viele punkte sind ja dann muss ableiten ja man kann springen aber gerade festgestellt ja damit könnt ihr euch dann mit den stimmen modieren ja man kann natürlich ein bisschen mehr wucht hinterlegen aber zu der mese wesentlich gelenkiger und gewandter und kann er dort durch tauchen und so ein bisschen herum tänzer über meine vergleiche tanzen probe geben was die hast du lak getrunken tanzen wir können auch ausweichen nehmen wenn du mich schamlos begünstigen willst trinkst du lak die reise über auf den rei jahren das ist peinlich jetzt zeige ich dir in den orasischen walzer in aber immer gebracht hat sehr starksige sehr starksige bewegung und liegt in einem schlag mit der mit der gepolsterten wolle in den bauch mehr aus der hüfte tanzen ich hab's euch doch gezeigt ja dann warum deine rüstung da oben und weiß nicht vergessen sie auszuziehen und 123 123 32 zuschlagen nicht so steif ich bin nicht steif der man ist einfach ungelenk während dessen könnt ihr anderen erkennen wie wohl die kinder das dorf ist eine kleine strohpuppe eines drachen gebastelt haben die sie jetzt nach und nach mit fackeln anzünden und dann drum herum tanzen ich würde mir tanzen ich finde das gut 1 und 2 und 3 und 4 5 setzt die steine in die stümpf die alte ex und 7 und 8 und 9 und 10 der doofe drache muss vergehen in flammen soll er aufgehen die käse die drei käse hoch jubeln und tanzen um dich herum dann sind um die feuerpuppe herum spielen im schlamm führen das ganze so ein bisschen auf auch wenn zu lamin das eine oder andere mal runter stürzt und daneben den kindern landet oder jalan das eine oder andere mal so könnte dann zumindest ein zwei stunden hier verbringen und geschichten lauschen von so kam dort in baden und den problemen von der partien gut weitere dinge die er tun wollte oder wollte weiterreisen wir müssen nicht verdrängt wir müssen ein weiterer 20 ich mache ich mache ich mache ich wurde auf dem weg aus dem dorf noch sagen zu lamini hat mir drei silber verloren wie könnte denn ungelenker sein als greifen und in rüstung hat nichts mit gelenklichkeit zu tun das ist alles die techniker auf ihm tut mir leid er hat den blöden baumstand so durchgeschüttelt es muss euch nicht leid tun ich hab's ja auch nicht hinbekommen auf gut ringhof könntet ihr dann die nacht unterziehen ein stück weit von der reichstraße ab so dass ihr dann in den hügel noch keine untoten zu befürchten habt könnt ihr da dann übernachten und dann am nächsten tage ungefähr nach der hälfte der reise irgendwo vor ich müsste trawings fortliegen könnt ihr direkt an der straße eine große einen großen heuschober erkennen um lagerhaus für stro oder sowas ähnliches und direkt alles aus holz unbeschädigten neu gebaut aber sehr verlassen steht hier ganz alleine ohne ohne gebäude drumherum ohne bevölkerung ist das eine scheune steht weil irgendwas kaiser palast natürlich ist das eine scheude ihr könnt erkennen dass jemand mit farbe was an die tore geschmiert hat wo steht denn da waren die lesen zarpriester hier oder so nicht untote öffnen drin eine warnung das klingt da es hätten ein paar arme bauern das geschäft darum untote einzusperren da steht ja nicht untote öffnen drinnen nun aber wenn ihr es von oben links nach unten links lest und dann oben rechts weiter lest und nach unten rechts weiter lest aber wer sollte denn so schreiben ähm bauern euer punkt wenn da untote drin sind dann tun wir den leuten einen gefallen wenn wir es öffnen ja nun scheint das preis mal ja dann sollten wir das auf jeden fall tun wunder dass die bauern nicht einfach die ganze scheune angezündet haben und äh gut raffin du rechts dieser und du links und ich mache die tore offen gesagt getan tore auf ihr haltet euch nicht an die warnung die darauf steht könnt die tore öffnen und seht das wohl im inneren 20 untote schwanken stehen ohne motivation ohne irgendeinen antrieb und als ich dann die tore öffnen drehen sie sich in eure richtung mit knachenden knochen knochen drehen sich in eure richtung und stapfen dann auf euch zu im licht von praiaus vergehen sie verbrennen zu staub und zerfallen das war einfacher als er auch das war enttäuschend nun es war eine gute tat wir haben diesen landstrich ein wenig sicherer gemacht und wir durchsuchen auch die scheune nicht dass noch irgend an einem sto rumliegt ja oder im keller eine scheune wird ein keller nun ja ein erdloch ein erdkeller diese scheune schauen scheint relativ neu gebaut zu sein für äpfel das ist nicht ungewöhnlich über bestehende bauwerke drüber zu bauen dass ihr ordentlich seid wenn ich hatte ganz schön viel über bauern gebäude zu wissen natürlich sie haben immer in guter nachbarschaft mit unseren untertanen gelebt in spurgelsen tobria gut kommt stochern einfach jeden strohaufen mal durch und dann sind wir fertig ich schaue mal dieser runde ist er nicht auch tobria ich wollte gerade das dachte ich auch ist der auch vielleicht hat er mal wieder so einen schlag auf den kopf bekommen so lange hat ihn getroffen beim balken ich habe ihn getroffen aber nicht am kopf ihre gesamte gesandte gesandt alles da war einfach nur enttäuschend ich nehme also nicht lange dauern einfach jeden stroh halten da haben wir schwer ein bisschen durchzupiksen und dann unser gut zu nehmen könnte sich jedoch zwei drei und rote dann zurück in die niederhöhlen schicken und dann diesen ort so reinigen dass er später vielleicht irgendwann wenn der gestank ausgezogen dass er wieder benutzt werden kann irgendwie wochen man das geschrieben hat lebt überhaupt noch das ist durchaus möglich wir sollten das schild umdrehen und unsere botschaft darauf malen sicher nicht schreibt nicht tote ja würde ich dann einfach auf das schild drüber schreiben gebäude sicher dann würde ich sagen können wir auch weiter reiten oder in der nacht könnt ihr in trafings fort unterkommen wo ihr ebenso warm begrüßt werdet ja man hört sich gerne die neuen geschichten die neuen geschichten an alles was ihr an neuigkeiten zu erzählen habt ist sehr willkommen da es hier wenig neues zu ja die die nachrichten sind 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 sehr lokal begrenzt es gibt kaum mehr jemand als als händler der hier umher reist die wenigen vorräte die man ihren hier dreivings fort bekommt sind hügeln kann man mittlerweile wohl nichts mehr anbauen einfach weil die solchen wolke rast das alles verschlungen hat man hat so das nötige wieder aufgebaut in den wenigen monaten aber die vorräte kommen aktuell wohl aus silberhain wo vor allem viele waldbauern ja das ganze dann versorgen ein bisschen ja gibt es da wohl auch noch so dass es dann ein bisschen beeren gibt ein bisschen fleisch aber ihr werdet dort reichlich begrüßt und silberhain soll wohl frei von untoten sein das ist gut zu hören und wenn wir hier unsere rast nehmen und morgen können wir weiterreisen wir warten noch was nach galles gleich zwei drei tage wie lang war es das letzte warte wir sind heute gut vorangekommen und dafür dass wir zu pferde unterwegs sind wir reichlich langsamer ja diese jahres zu ehren der so kam oder so mitgemacht um diese jahreszeit müssen wir uns mit dem wir genügend was wir kriegen das stimmt wohl und wenn zwar ein wenig aus mit dem ordner umhören nicht nicht sonderlich intensiv aber halt was diese von uns inhalten dem 1 1 von ram und da mann also viele kennen ihn nicht mehr aber man erzählt sich wohl viel gutes zumindest die großeltern haben viel gutes von ihm erzählt und ja mit fürs gründe hat man nicht so viel am hut man weiß wohl dass in der bohlenburg mittlerweile ukurian sitzt aber ja der parzian war schon immer rabenwunderland auch wenn die mersings hier in den burg mersing immer gerne was anderes behaupten aber die familie raben und weiß schon was sie tut sind sehr kompetente menschen das wort kaiser fällt nicht irgendwie oder doch sie sind hier vor kurzem vorbeigezogen und es soll wohl der neue kaiser sein weil war ja gestorben ist und immer totes und weil sonst keinen mehr gibt dementsprechend ist er wohl wahrscheinlich der neue kaiser wir wissen sogar besser da musst du wohl aufklärungsarbeit leisten möchte wenn ich aufklärungsarbeit leistige diese meine verwundete diese rund wollte ich nicht lieber heute nicht das ist eure aufgabe viel spaß soll ich auch übernehmen also vorher ist nicht an hat mich gestorben die überleben und alles ist gut das ist die kurze sache dessen ja jetzt nicht das an wenn immer noch ein reichsverrichter ist ok haben wir so verstanden na gut ich lege mich jetzt schlafen ich habe das gefühl dass er den nächsten tage werdet ihr ja wenn ihr an der fürstliche silberhain vorbeizieht silberpappe ähm dann würdet ihr natürlich dann kurz nach nach neuigkeiten fragen aber ansonsten müsstet ihr wenn ihr nach galles wollt irgendwo zwischen den hügeln schlafen oder aber ihr zieht direkt durch die wälder mark und dann von hier aus ja irgendwo an den bären fahren sehen vorbei oder am tagelsteich den tagelswäldern im süden vorbei das wäre jetzt eure entscheidung mag diese sehen nicht ganz viel hat die straße gesäubert dass er durch kam ich denke sind für unser vorankommen besser wenn wir uns an sie halten es kann jedenfalls nicht schaden also gerade wenn wieder schnee fällt dann wollen wir nicht unbedingt mitten in den hügeln stecken also schlafen wir zwischen den hügeln bevor ich der der vogt von silberhain von silberpappe nickt euch zu ja ja also answin sagte wohl bei seiner kurzen vorbeireise dass das galles sicher ist oder so aber dass er dann vorbeigezogen ist ich glaube die stadt hat er selbst nicht eingenommen nun die stadt ist größtenteils unernehmbar ja genau dass das wurde uns auch gesagt das ist eigentlich immer gut gewesen aber jetzt sollen da wohl finstere nekromanten sitzen torwaler 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 nekromanten wartet ihr nicht gerade gesagt alles wäre sicher ja normalerweise schon das ist diese große vorbeigezogen wenn man wenn man auf der straße bleibt kann man von fortan vorbeiziehen man sollte sich allerdings nicht an die tore trauen das ist mit den toren pinstere torwaler nekromanten aber mir das klingt nach einer sache für euch moment hatten wir nicht so einen schon mal kennengelernt den habe ich lebendig vergraben genau die dusselige großheed frau vielleicht sollten uns ein wenig umschauen in der stadt aber ja ja genau irgendwie irgendwie sowas ein heet frau war es kein heetmann diese torwaler haben ja eine demokratie ganz merkwürdig sie würden mich als folgt gar nicht akzeptieren und preis wird ihnen zutalkommen werden lassen dass ihnen zusteht und dann kommen sie nicht mal von der torwaler region sondern irgendwo aus der war und kario schwarz war und ganz fürchterlich aber auch gehört dass ein teil jetzt im edlen gut teil sitzen wohl troll zucker ganz kreuzig ich sehe eure welt ist aus dem lot ja es erschaudert mich dass ich nur zwei tages reisen von galles sitzen muss fürchtet euch nichts die rechtmäßige kaiserin wird die markt befrieden ja das hoffe ich sehr großzügig bestellt ihr meine grüße und riecht ihr das aus vogt eilig von silberpappe von silberpappe sie kennt mich ich hatte einmal auf dem kaiserturnier hatte ich mit ihr naja ich habe hier nicht die hand geschüttelt aber ich bin an ihr vorbeigegangen sie kennt mich ich bin mir sicher weil kaiserliche majestät wird euch die gebührende erinnerung zuteil werden lassen selbstverständlich herr vogt von silberpappe das hat uns sehr gefreut silberpappe gedauert sagte ich ja wir müssen jetzt weiter nehmt euch vor der hexe macht was er für eine hexe an marie im nachtschimmer gar gräuslich an der kommt ihr nicht vorbei in ihrem dorf weil bei hexe schwindmannhus direkt hinter teil deswegen steht man uns ja sicherheit deswegen kommt auch die tollsäcke auch nicht vorbei jeder fürchtet sich vor dieser hexe da waren wir schon mal war doch keine hexe das war keine hexe es war nur so eine dumme truller die besonders schön aussah naja wir schicken zu lamina rein und dann schauen wir mal wem gefolgt wird der plan guter plan ist ja auch eine hexe er verbunden sich das weiß ich ja nicht das ist besser als eine hexe und gehabt euch denn wohl schöne grüße sie kennt mich liegt euch noch mit einem taschentuch hinterher wenn es auf der reichstraße und in den übeln schlaft am nächsten tage wenn ihr dann durch den schnee auf die stadt galles zumarschiert könnt ihr tatsächlich erkennen wie dort flaggen und fahren wimpel hoch hängen die a rocker preisen die finsteren nekromanten einmal einmal möchte ich in einer größeren stadt ankommen und keinen nekromanten hauen müssen einmal wollte aber ein ganz schön langweiliges leben mir war nicht bewusst dass das so viele von ihnen gibt so viele akademien bilden noch gar keine nekromanten aus da muss irgendwo ein sacke platz sein ich glaube die bilden sich selbst aus ich denke auch wir haben einen großen teil in warung zerschlagen den beschwörer greife er durch so lange ist ja nicht her aber mir ich versuche warum zu verdrängen nun wollen wir uns kann es annehmen einerseits das ist unsere pflicht und wenn ihr gesagt habt es wäre unernehmbar dann für ein herr nicht für für uns während ihr gerade die stadt auf den hohen bergen betrachtet könnt ihr kennen wie wohl von nordwesten sich etwas auf der straße nähert etwas mehr als schritt geschwindigkeit wenn es näher kommt könnte erkennen dass es wohl ein verletztes pferd ist und trabt mit rumpelndem fuße an galles vorbei und während er dann noch da steht könnt ihr noch so grob 10 15 minuten zusehen bis es dann direkt an euch heran ist ich glaube ich glaube das ist euer spezialgebiet drei pfeile in verschiedenen körperteilen und wappen und brandzeichen der botenreiter bei lunka oder wir müssen weiter wir müssen sehen wo dieses pferd herkamen der öffnen bei ball ob es nachrichten dabei hat mit den satteltaschen tut ihr das wir werden nach dem reiter ausschau halten ich würde dabei versuchen ob ich was für das pferd tun kann ja heilkunde wunden würden natürlich sehr lange dauern könnte man jetzt entweder magie oder kammer benutzen ja ich komm mit ich check die satteltaschen nach nachrichten mhm ist was drin ja bereidig das habe ich nicht mal staatskunst oh je das sind nicht die sachen die ich kann das ist gesiegelt ist mir egal und was steht da so bolderx ich mache das siegel auf und lese durch sehr schön du weißt dass man dafür an den streck kommt ja nein ich habe rechtskunde 2 wie sagt ihr überleben es mich ich habe rechtskunde 7 aber ich habe es auch nicht aufgemacht es ist adressiert an den rahmen von punin und du gehst es kurz durch aldoron von wurzenwald bittet um verstärkung um hilfe um golgeriten seine wälder sind von untoten verheert und er sucht dringend um hilfe weil er sonst hat aber auch nicht halten kann ich glaube das ist für den alten mann aus pulien welchen der der bohaja geholfen hat sich zu erinnern wenn du dich erinnerst naja ich glaube sie brauchen hilfe dann guck mal hier ja ich bin im lesen nicht so stark das dauert jetzt einen moment ja ich ja ein raffin also ich fühle mich verpflichtet mich um das pferd zu kümmern und da wir keine zeit zu verlieren haben würde ich das auch mit karma machen ich hab mal geguckt gibt es irgendwelche erschwernisse und was ist mit harmonie mit dem weltgeschehen also das wird dann sicherlich harmonischer sein vor allem für dich ja würde ich zu lassen alles selbst ist keine schwarze stadt wie kann es sein dass ein random pferd zu heilen harmonisch ist aber nicht ein random praktierer zu kümmern ja ich bin ja schon ruhig ich bin jetzt keine notlage ganz einfach mal deine liturgie kenntnis würfeln wenn wir mal auf die erschwernisse gucken hilf punkte die wirst du sicherlich übrig haben sodass du dann langsam die pfeile aus dem körper entfernen kannst und sich die wunden dann nach und nach schließt dem pferd geht es zwar noch nicht ganz gut aber du bist der meinung dass es nicht an wundfieber stirbt dass es auch wieder laufen kann und das ist sicherlich drei tagen vier tagen dann noch einsatzbereit wäre wenn es jetzt gutes essen kriegt gut dann streichelt zur min das pferd während die anderen sich um die botschaft kümmern was macht habe ich würde auch über die schulter gucken von rafim und schneller lesen sehr wahrscheinlich und den text hoffentlich schneller erfassen das ist dir vermutlich einfach möglich ah ja hier steht tatsächlich dass er hilfe braucht genau genau du weißt du wo dieses dorf ist statt keine ahnung vielleicht sollte mir jemand fragen das ist eine gute idee äh ich schaue mal ob ich geografie habe ich befürchte nein ich habe keine ahnung hm wir warten einfach bis die beiden mittelreicher wieder da sind die werden es doch wissen steht immer noch vor der finsteren stadt aus gar nichts interessiert sich wohl keiner für euch könnte vor allem haben wir kann das unsäglich grönen und den gestand der torwaller wieder erkennen wie sie dort oben sitzen und feiern und ja wahrscheinlich auch den einen oder anderen sehen der dann die die mauern runter pisst also es ist einfach nur eine verkommen und verlotterte stadt untote könnt ihr nicht erkennen keinen einzigen untoten nur torwaller die dort oben irgendwie sitzen nach grob zehn zwölf meilen des rittes können Isarun und Yalan dann in Daffel ankommen da seid ihr auch schon einmal vorbeigekommen zumindest Ömer ist dann vorbeigekommen mit Rafim und Abelm als sie dann in Galles waren kurzzeitig ihr seid dann ja zurückgeblieben als ihr den Elementalbesporen habt erinnert euch als ihr noch eingesetzt wart als Gaugrafen hier in Daffel könnt ihr tatsächlich den Bodenreiter finden er ist angenagelt mit seinem Arm ausgestreckt in Richtung Westen und ein großes Schild hängt um seiner Brust Daffel ihm fehlt wohl das Bein in verschiedenen Streifchen hinuntergestritten liegt es da wohl immer noch er hat unglaublich viel Blut verloren ihr dürft mal auf Kulturkunde ich habe schwarze Lande ja ist es ja nicht ich überlege gerade Geografie Menschen mit Menschen Sagen und Legenden Sagen und Legenden das ist gut Sagen und Legenden könnt ihr würfeln 1 super immer die Klugheit du bist Tobria ne habe ich nicht aber du bist nicht da so gemeinsam gemeinsam könnt ihr euch das zusammenrahmen weil ihr beide Tobria seid zumindest im Herzen auch in Yalan ich muss gerade sagen im Herzen seid ihr Tobria im Kopf vielleicht nicht mehr das muss wohl so wie der gelitten hat und wie der ausgeblutet ist müssen das die Trollsucker gewesen sein